Die 100 Meter hohen, greift das Meer auf einen kleinen Fluss der Himmelböden in der Stiftung von Sedan, geben einen Eindruck davon, über welchen gefaltigen Zeitraum das Kaltenmeer ist. Das weiche, weiße Gestein entstand während der späten Kreidezeit, die auch als Danium, also das dänische Zeitalterzähl, gegründet. Kreide besteht aus nichts anderem als zerriebenen, kalthaltigen Meeresorganismen, die sich im Laufe der Jahrmillionen in ungeheurer Menge abgeladen haben. In den geschichtsträchtigen Stahlwänden, die Schwedenmacht, die sich im Schofar zu sehen. Da geht ja nichts ab, Ben. In den zwei zitiert übrigens sind eines von insgesamt drei Paaren in ganz Dänemark, seine Jugendgruppe. Ein Flussball ist noch im Haus. Die Mutter versucht, ihn mit Runden aus dem Nest zu kommen. Der kleine Wanderwahlbillen hat schon sein vollständiges Gefieder. Seine Geschwister haben ihre Kinderstunde... Ein Wanderwahl conectiert. Vielen Dank.